Oh, das ist schön. Oh, nein. Oh, nein. Ich weiß, dass man selbst frisches Gemüse dazu gibt. Oh, ja. Alles, was man braucht, sind ein paar Fischezutaten. Die neue Klor-Suppenbasis und Wasser. Klor-Suppenbasis, erhältlich in vier köstlichen Socken. Machen Sie Ihre Suppe frisch? Wer sagt, alles ist gut. Das ist alles unbeinteressant. Damit die anderen sagen können, hey, immerhin bin ich nicht so öde und so fad und so langweilig wie du siehst. Das ist eine Scheiße. Das ist eine Scheiße. Fantastisch. Ich denke, wir werden noch mehr viel hören, wann dieser Jungen war. So, jetzt müssen wir mit mir den zweitesten, die das schon mal schieben. Hier ist Martin Rambosch aus Eifelchenheim. Hier ist Martin Rambosch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hallo, darf mir einer von euch mal besetzen? Mal irgendwas in Fragen fragen. Gibt es eine Kleinigkeit? Ja, kein Problem. Was war mit links? Du musst wirklich ein bisschen abhaßen. Dann mach ich die roten Schäufe. Hast du grün in der Hand? Das ist grün. Natürlich ist grün. Also, du wusstest jetzt nicht, ob die rote oder grün war? Nee, ich hab rot-grün schon nicht. Sag mal, ich hab mich immer. Dann haust du dir die Dinger rein, obwohl ich gar nicht genau weiß, welche das ist. Das sind verschiedene Schachtel. Die sind doch schon draußen. Und ihr musst jetzt auch nicht auf die Säule aufzunerven am frühen Morgen. Mein Gott, hätte ich auf der Heiratet bleiben können. Ich wollte nur helfen. Ich hab's doch nicht auf die, warum Anne nicht rausgeschmissen hat. Anne hat mich nicht rausgeschmissen. Wir haben gemeinsam entschieden, dass wir eine Zeitlang Scharerböhr getrennt worden haben. Ja, das wäre ich. Sag, aber wie hast du das denn mit deiner rot-grün-Schwäche damals bei Tutti-Foti gemacht? Da konntest du doch die einzelnen Früchte gar nicht auseinandernehmen. Ich weiß, warum das kein Schwein kapiert hat. Ah! Ah! Ich glaube, seit der letzten Punkausstellung das Nachfolgemodell ist noch größer.